Was geht ab, meine Besten? Ich habe den 10-jährigen Julian Cristiano Beidat Miravaka Besuch gehabt. Das ist ein brutales Talent und wenn ihr ihn nicht kennt, checkt ihn auf TikTok ab. Wir haben gemeinsam Elfmeter trainiert und viele weitere Sachen. Das ganze POV-Video bekommt ihr auf YouTube auf meinem Kanal GoKeepers zu sehen. Hier sind die ersten 5 Versuche zusammengeschnitten. Ich mache mich ein bisschen lustig über ihn, habe natürlich ein bisschen Spaß dabei, nimmt das nicht so ernst und er hat mich auch dafür bestraft. Aber alles in allem waren die ersten 5 echt nicht gut gewesen. Dann gibt es einen Schlüsselmoment. Hier mein ikonischer Mornhänder, er erkennt ihn nicht und macht ihn eiskalt rein. Ich erkläre ihm, dass er diesmal zum ersten Mal eiskalt und er selbst gewesen ist und dass er mit dieser Einstellung weiterschießen soll. Dann werden alle auch reingehen und er zeigt hier, dass sich recht behalten soll. Er macht die Dinger eiskalt in dem Winkel. Jetzt ist er da gewesen, wir haben die Elfmeter trainiert und in Zukunft verschießt dieser Junge kein Elfmeter mehr. Let's go. I love it.